Hallo, hier bin ich wieder. Als Material verwende ich diesmal eine kleine Leinwand, Acrylfarben, ein festes Kärtchen. Auf die Leinwand mit Keilrahmen mache ich ein paar grüne Flecken, danach reichlich goldene Acrylfarbe, einige weiße Punkte dazu und ein paar schwarze Punkte. Mit Papierblättern decke ich die Farbe jetzt ab und ziehe die Blätter zur Seite weg. Du siehst einen wunderbaren Effekt. Meine Visitenkarte benutze ich als Spachtel. Die grüne Farbe ist sehr dominant. Deshalb füge ich noch goldene Farbe dazu und verteile sie mit meiner Visitenkarte. Ja, so ist das besser. Noch etwas weiß dazu, dann wird das Ganze heller. Mit Papier versuche ich jetzt mehr Struktur zu erzeugen. Das gefällt mir aber gar nicht. Deswegen streiche ich es mit der Karte wieder ein bisschen glatter. Zum Schluss gebe ich noch goldene Farbe dazu. Jetzt ist das Bild fertig. Viele weitere Beispiele meiner Malerei findest du in meinem Buch in deutscher Sprache. Ich danke dir für dein Interesse.